Hallihallo Hallöchen liebe Rambazamba TV Freunde. Kein Videodeal, nein Info. Was ist am Start? Am Start ist heute und zwar was haben wir alles Neues für den Garten bei dem traumhaften Wetter heute oder? Es war ein wunderschöner Tag und wir verkaufen hier Kies ohne Ende. Wir haben alle Sorten. Wir haben hier Rindenmulch, Sand, haben wir da Spielsand, wir haben Marmor, wir haben alles da. Sascha haben wir hier, der sitzt da. Mann, war schön erwischt beim Nichtstun. Sascha hat sich gerade ein bisschen ausgeruht, hat mir gesagt, scheiße, mein Kreuz tut weh, er hat in ganz flach Steine geschleppt. Wir haben wieder zwei Lastzüge mega Zirkus bekommen. 2,99, 3,99, 4,99, Blumerde, oder? Und Gartenmöbel. Gartenmöbel bauen wir immer wieder neue auf. Wir verkaufen ohne Ende. Da haben wir ganz tolle Sachen bekommen. Ist wirklich eine Reise wert. Ja, ist einfach. Ja, und wir haben ja wirklich, auch bei den Steinen, wir haben jetzt wieder zwei Lastzüge, alle Sorte, 20, 25 Kilo Säcke, Yellow Sun, das was wir gut verkaufen, Granit haben wir, wir haben Lavamulch, wir haben Spielsand, wir haben normales Mulch, wir haben Blumerde mit und ohne Dünger, wir haben Pflanzstäbe, wir haben also alles Mögliche für in den Garten, Balkon, Terrasse, haben wir ohne Ende. Guck mal, hier sieht man auch die Steine, das haben wir nämlich richtig schick gemacht. Guck mal. Wollen wir uns mal selber loben? Ja, sowas. Also Müller und du, wie du filmen kannst, was wir so eine tolle Hechte sind. Wir haben hier, normaler Buntkies, 2,99 der Sack. Hier, Flamingo, richtig schick. Guck mal, 4,99 der Sack. Ice Blue, 4,99 der Sack. Marmor, dann 3,99. Granitsplit, Adenna, Yellow Sun, Basalt. Hier, Lavamulch, 3,99. Richtig schön für die Rabatten, für die Beete, Spielsand. Und ja, wir haben Beetsteckis, Beetrollis, oder? Wir haben alles da. Und das sind die Pflanzstäbe. 59 Cent, 79 Cent, 99 Cent. Und das? Ich bin froh, dass mein Vater früher schon einen hat. Aber das Latten-Ding, der hat halt auch schon wehgetan. Willst du mal? Ich gebe dir Vorsprung. Eins, zwei, drei. Ich bin auch in der Probezeit, der darf es. Kriegt ihr mal den Popo versorgen. Achso, und wir haben einen Spritzuschuss. Wir haben gesagt, wir machen Spritzuschuss. Benzin dürfen wir ja nicht schenken. Nein, dürfen wir nicht. Aber wir können Sprit dazu schenken. Und was für einen Sprit dazu schenken? Komm mal mit, komm, beeindrucken. Sowas wie Rodka-Lemon, sowas wie Pirschen-Lemon und sowas mit. Das gibt es mal dazu geschenkt, oder? Ja. Und zwar machen wir folgendes. Wir machen das bis am Samstag. Wir haben ja genug. Kostet normalerweise über einen Euro, so eine Dose. Das ist ein Alkohol-Pop. Pro 5 Euro Einkaufswert kriegst du eine Dose gratis. Also du bestimmst, wie viel Sprit du gratis kriegst. Genau. Ist das eine gute Idee? Bumbe. 5 Euro, 1 Euro Kost, heißt 20% Rabatt im Prinzip in Form von Sprit. Also bei 50 Euro kriege ich 10. Bei 50 Euro kriegst du 10 von diesen Dosen. Also 10 Euro geschenkt. Das kann man lassen, oder? Umsonst gratis, kostenlos, oder? Also pro 5 Euro eine Dose Spritzuschuss-Karte. Darf man aber erst zu Hause trinken. Okay? Also, oben, unten, hinten, vorne klicken, vorbeikommen. Und ja, gibt es noch was zu sagen? Ja, tschüssi. Tschüssi.